Murphs in Rocket League Nerven Heute spielte ich gegen einen und konnte hier mit diesem Flick sogar in Führung gehen. Aber leider konnte er direkt nach dem Kickoff mit einem Air Dribble ausgleichen. Und ein Kickoff-Tor bekam er direkt auch. Hier hat er mich direkt nach dem Kickoff geboost-starved, aber ich blieb frech und fiftete den Ball in sein Tor. Als er gemerkt hat, dass ich versuchte, smart zu spielen, fing er leider an, kreativer zu werden. Er fing an, mich zu boost-starven und für solche Area Plays zu gehen. So mechanical zu sein, ohne dabei seine Verteidigung zu vernachlässigen, ist schon insane. Kampflos wollte ich ihm das Feld aber nicht überlassen. Hier schoss ich noch ein Kickoff-Tor. Nachdem er selber dann noch ein Kickoff-Tor machte, konnte ich hier nochmal nach seinem Flick kontern. Und mit dem 8 zu 4 setzt er dann den Schlusspunkt. Ich hab dann auch seinen Account getrackt, um sicher zu gehen. Damit bin ich weiter stuck in Liga 2. Und ich finde...